Die Themen heute. Hürden bei Energiegutschein. Warum bekommen viele die 150 Euro noch immer nicht? Überflutung gestoppt? Ist der Nachbargrund des Postverteilzentrums Alhamming noch immer von Überflutung bedroht? Außer Spesen nichts gewesen. Konnte ein Prozess wegen eines Namens für einen Gürtel abgewendet werden? Schönen guten Abend bei Bürgeranwalt. Das bestimmende Thema bei den Beschwerden, die uns derzeit erreichen, ist Unklarheit darüber, wer, wann, wie, von wem, welche Unterstützungen zur Abfederung der massiven Teuerung bekommt. Es ist zwar schön, dass es das alles gibt, aber immer wieder werden wir auch auf Fälle aufmerksam gemacht, die Lücken im System zeigen. Etwa beim Energiekostengutschein über 150 Euro. Der Gutschein ist jeweils an einen Haushalt, einen aufrechten Vertrag mit einem Stromlieferanten sowie eine Einkunftshöchstgrenze gebunden. Wer diese Kriterien erfüllt, kann den Gutschein einlösen, aber so wie das Regelwerk im Detail aufgesetzt ist, kommen einige Personengruppen, die finden, dass ihnen das Geld zustehen würde, doch nicht an die 150 Euro. Etwa die Bewohnerinnen und Bewohner einer betreubaren Wohnhausanlage. Volksanwältin Gabi Schwarz hat diesen Fall von ihrem Vorgänger Werner Amun übernommen und wir wollen uns gleich zu Beginn der Sendung damit beschäftigen. Schönen guten Abend, Frau Volksanwältin. Schönen guten Abend, Herr Dr. Resetaritz. Tina Schmidt-Labenbacher zeigt Ihnen, wie sich die Lage im Juni dargestellt hat. So lange wie möglich selbstbestimmt und barrierefrei leben. Das ist das Motto der Living City, ein Wohnhaus im Norden von St. Pölten, das speziell für die Generation 50 plus konzipiert wurde. Vielen der 64 Bewohnerinnen und Bewohner machen die stark gestiegenen Energie- und Lebenskosten Sorgen. Ein Teil der staatlichen Abfederung sollte der staatliche Energiekostenzuschuss bringen. Doch um diese 150 Euro Entlastung sind hier alle umgefallen. Ende Mai 2022 wurden solche Energiegutscheine per Post an 4 Millionen Haushalte verschickt. 150 Euro Energiekostenausgleich sollte man bei seinem Stromanbieter gutgeschrieben bekommen. Doch viele fühlen sich durch die Bedingungen ausgeschlossen. Ich habe eine kleine Wohnung mit 52 Quadratmetern und verstehe natürlich nicht, warum wir den Zuschuss nicht kriegen. Wir haben ja auch die Zettel alle gekriegt, dass wir das zurückkriegen. Wie war es bei Ihnen? Auch. Ich weiß, dass ihr einen Zettel gekriegt. Steht auch alle Hande um. Positiv, aber ich weiß nicht. Aber kriegen Sie es uns nicht? Nein. Auch hier in der Living City haben alle Mieterinnen und Mieter den Postwurf mit dem Gutschein zeitgerecht erhalten. Energiegutschein, sehr schön. Doch die 150 Euro bekommen sie nicht. Zer wird der Strom über die EVN bezogen. Vertragspartner mit dem Energieanbieter ist aber in diesem Fall die Living City. Und die rechnet den Strom mit den einzelnen Mietern im monatlichen Erkontozahlungen ab. Auf jeder Stiege gibt es deshalb geeichte Subzähler, wie uns eine Mitarbeiterin zeigt. Aber ohne Zählpunktnummer, die man auf dem Formular angeben muss. Wir zahlen unsere Stromrechnung. Wir zahlen es halt jetzt an die Living City und nicht an einen Energieanbieter, wie die EVN zum Beispiel. Und darum ist es für mich einfach nicht verständlich, warum wir es nicht kriegen sollten, diese 150 Euro. Also das passt überhaupt nicht. Wir zahlen genauso wie alle anderen und somit steht es uns genauso zu. Und wie das dann verrechnet wird, das muss sich die Regierung drüber in den Kopf zerbrechen. Wir sind alle Pensionisten, wir haben nicht was weiß ich was, wo wir in den Himmel greifen können. Und da sind 150 Euro, sind 150 Euro. Es wird alles so wahnsinnig teuer, 150 Euro für einen kleinen Pensionist, die selbst wendet. Ganz ehrlich gesagt. Die Geschäftsführung der Living City hat sich dafür eingesetzt, dass die Mieterinnen und Mieter den Ausgleich von 150 Euro trotzdem erhalten. Mails wurden verfasst, viele Telefonate geführt. Doch alle Bemühungen waren erfolglos. Man sei im Kreis geschickt worden. In der Studiodiskussion kritisierte der damalige Volksanwalt Werner Amon an der Seite des Geschäftsführers der Living City die Kriterien der Auszahlung. Vom Finanzministerium gab es nur eine schriftliche Stellungnahme. Man begründete das restriktive Vorgehen mit energierechtlichen Vorgaben. Und betont, dass es energierechtlich, also gesetzlich für jeden Verbraucher erforderlich ist, einen eigenen Stromvertrag abzuschließen. Eine Belieferung im Wege eines Mietvertrags würde die gesetzlichen elektrizitätsrechtlichen Rechte und Pflichten umgehen und wäre daher gesetzlich unzulässig. Also offenbar will man da nichts ändern, Herr Volksanwalt. Naja, also ich muss sagen, ich sehe das nicht sehr positiv, diese Stellungnahme. Es ist hier überhaupt keine Fehlerkultur erkennbar, ein Einsehen, dass man hier auch falsch liegt. Natürlich ist der Gesetzgeber gefordert, aber üblicherweise kommt ja zunächst eine Regierungsvorlage ins Haus. Hier hat man ja einen Initiativantrag gemacht. Das heißt, das ist ohne Regierungsvorlage beschlossen worden. Und deshalb wenden wir uns auch direkt an den Gesetzgeber, weil wir nicht glauben, als Volksanwaltschaft nicht glauben können, dass es intendiert ist, dass so viele Menschen, die diese Unterstützung gerade jetzt dringend bräuchten, dass die um diese Unterstützung umfallen. Was hat sich nun fast vier Monate später in dieser Sache getan? Was schreibt uns das Bundesministerium für Finanzen dazu? Das Finanzministerium schreibt, ich zitiere, wir bedauern, dass die in der Sendung gezeigten 64 Seniorinnen und Senioren des Wohnhauses in St. Pölten keinen Energiekostenausgleich erhalten. Das Erfordernis, dass für einen Anspruch aus dem Energiekostenausgleich für einen Hauptwohnsitz ein Stromlieferungsvertrag bestehen muss, welches eine rechtliche Grundlage im Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz findet, wurde auch in der technischen Abwicklung so nachgebildet. Deshalb ist eine Änderung dieser Regelung rechtlich und technisch leider nicht realisierbar. Danke Tina Schmid-Labenbacher, Sie ersetzt heute bei uns das Bundesministerium für Finanzen. Da wollte sich niemand dieser Diskussion stellen. Wir haben aber eine ausführliche schriftliche Stellungnahme bekommen. Frau Volksanwältin, ist so eine Regelung tatsächlich nicht realisierbar? Es ist ja da die Rede von 64 Pensionistinnen und Pensionisten. Es betrifft ja aber nicht nur die, wie wir wissen. Es betrifft die Pensionistenheime, Seniorenheime, Seniorenwohnheime. Es betrifft aber auch Studentenheime. Es betrifft alle, die Pauschalmiete zahlen und auch sehr viele Kleingärtner zum Beispiel. Für all diejenigen, die auch mit Subzählern arbeiten, ist das ja keine Lösung. Und ich werde noch einmal an den Nationalrat herantreten, um wirklich zu versuchen, das so zu reparieren, dass all diejenigen, die jetzt nichts bekommen aus den genannten Gründen, da doch noch zum Zug kommen. Ja, ähnliche Probleme, wie die gerade geschilderten, hat man nicht nur in Pensionistenwohnungen, sondern auch in Studentenheimen, hat die Frau Volksanwältin gesagt. Und auch bei allen, die sogenannte Subzähler haben, die in Kleingärten leben und dort nicht hauptgemeldet sind oder wenn die ganze Kleingartenanlage einen gemeinsamen Zähler hat. Tina Schmidt-Ladenbacher hat in Graz Studentinnen und Studenten getroffen, die die 150 Euro Energiegutscheine zwar auch bekommen haben, sie aber nicht einlösen konnten. Christina Klammer wohnt in einem 25 Quadratmeter großen Studentenzimmer in Graz. Im Oktober beginnt sie mit dem Studium Soziale Arbeit. Obwohl die Studentin auch nebenbei jobbt, und zwar als persönliche Assistenz für einen Menschen mit einer Bewegungseinschränkung, ist das Geld knapp. Ich wohne einmal da im Studentenheim, weil man einfach für das ganze Jahr über planen kann, wie viel man eben zahlt fürs Wohnheim. Aber auch, weil eben die FH in der Nähe ist und auch meine Arbeitsstelle in der Nähe ist. Wie viel zahlst du denn hier? 417 Euro pro Monat. Und wie leistest du dir das? Also einerseits eben mit meiner Arbeit und andererseits aber auch mit Mama und Papa. Verwundert ist die 21-jährige Steirerin, dass sie zu jener Gruppe zählt, die den 150 Euro Energiegutschein auch nicht erhalten hat. Dieser Gutschein war Ende Mai 2022 per Post an 4 Millionen Haushalte verschickt worden. Also ich finde es eben unfair gegenüber zum Beispiel anderen Wohngemeinschaften, die was eben einfach in einer WG ziehen. Die kriegen eben den Strombonus und wir aber da im Studentenwohnheim bekommen den eben nicht. Das ärgert nicht nur Christina Klammer. Wir treffen andere betroffene Studierende aus Graz. Sie wohnen in unterschiedlichen Studentenheimen und sie alle machen sich Sorgen wegen der steigenden Energie- und Lebenshaltungskosten. Es war halt halt schon eine schöne Erleichterung für uns. Würden wir, auch wenn es für manche nur 150 Euro sind, aber für uns ist es dann halt schon viel Geld einfach. Es ist alles teurer, es wird alles teurer. Und ja, es ist teurer. Und beim Einkaufen spürt man das sehr stark. Und dann heißt es eben öfters beim Diskant einkaufen oder mal nur Brot essen ohne Abschnitt. Man hört es ja immer von daheim so, ja die Studenten, die sind ja immer nur am Feiern und die haben ja die ganze Zeit nur Spaß und dann sonst was in Graz. Und Studieren ist ja die Nebensache. Aber eigentlich ist es echt so, dass wir jetzt echt mehr aufs Geld schauen müssen. Und da ist jetzt Feiern gehen oder a la das extra Schmankerl oder ähnliches beim Einkaufen, ist einfach teilweise nicht mehr drinnen, weil du dann mit dem Geld über das Monat nicht zurande kommst. Ohne die Unterstützung der Eltern wäre für viele das Studium und das Wohnen nicht finanzierbar. Das bestätigen die zwei Vertreter der beiden größten Anbieter für Studentenwohnheime in der Steiermark. Im Studentenheim Herbersteinstraße gibt es nur einen Stromzähler. Der Stromvertrag läuft hier auf den Betreiber, die wisst, die Wirtschaftshilfe für Studierende. In den Studierendenwohnhäusern gibt es in der Regel einen gemeinsamen Stromzähler. Das hat auch den Grund, dass wir eben einen All-Inclusive-Preis anbieten. Die Studierenden, die zu uns kommen, haben dadurch eine Planungssicherheit für ein ganzes Jahr. In Studentenheime kommen eben Studierende, die finanziell nicht so gut gestellt sind. Das zweite Problem betrifft die sogenannte Strompreisbremse, schildert uns Martin Berger vom Studentenheimbetreiber Greenbox. Greenbox ist mit 1250 Heimplätzen der zweitgrößte Anbieter in der Steiermark. Martin Berger kritisiert, dass gemeinnützige Heimträger derzeit keinerlei Unterstützung erhalten. Wir zählen halt aktuell offensichtlich nicht zu diesem Bereich, obwohl wir jungen Menschen ihren privaten Wohnraum zur Verfügung stellen. Das heißt, sie sind gleichermaßen betroffen, werden aber als Industriebetrieb sozusagen gesehen und müssen daher die vollen Strompreiserhöhungen letzten Endes schlucken und in weiterer Form dann weitergeben. Weil für kommendes Jahr erwarten wir nach Stand heute eher eine Verzehnfachung des Strompreises, wir einfach den Preis, den wir anbieten als Gesamtpaket, einfach überhaupt nicht mehr halten können. Schon jetzt mussten die All-In-Verträge wegen der steigenden Energiekosten monatlich um 30 Euro erhöht werden. Wie soll es dann für die Studierenden in den Wohnheimen weitergehen? Wie so eine E-Mail gekommen ist, dass halt wirklich 30 Euro im Monat mehr werden. Ich habe alles trotzdem mal zum Schlucken, weil es ja trotzdem dann über das Jahr gerechnet nicht wenig ist. Natürlich bekomme ich das zu spüren. Also ich habe eher ein geringes Einkommen, ich bin auf die Studienbeihilfe angewiesen gewesen. Jetzt muss ich mein Leben eigentlich durch Arbeit finanzieren, was neben dem Studium immer sehr kompliziert ist, weil natürlich dann die Zeit beim Studium selbst fehlt, beim Lernen. Es ist ja eigentlich überall immer alle Sachen, es ist ja eigentlich nur schlechter geworden und Studenten sind jetzt eh nicht unbedingt die, die recht viel verdienen. Und bei mir ist es auch so, dass ich von meinen Eltern eben noch ein bisschen was kriege und um zusätzlich noch arbeiten gehen muss, dass sich das Ganze halt ausgeht. Und wie gesagt, so einen luxuriösen Lebensstil leistet man sich ja eh nicht. Die Studentenheime werden österreichweit teurer werden, befürchtet man. Werden sie dann für Studierende überhaupt noch leistbar sein? Ich zähle uns zu den großen Verlierern der Energiekrise eben neben den Seniorenheimen. Und was mich auch sehr betroffen macht, ist, dass es eben hier um einen Großteil soziale Einrichtungen geht. Und wir müssen diese erhöhten Energiekosten nun eins zu eins an die Studierenden weitergeben. Betroffen sind österreichweit ca. 40.000 Studierende, die in Wohnheimen leben. Welche Lösung könnten sich die Heimbetreiber vorstellen? Bei den Covid-Angelegenheiten hat es ja auch am Anfang gar eine Lösung gegeben. Und da ist dann ein eigener Topf geschaffen worden, nämlich über die Gemeinnützigkeit. Man hat also über die NPO-Förderung gewisse Mengen abrufen können. Und ich glaube, hier wäre auch der Heimplatz als Grundrechengröße eine gute Angelegenheit, weil sowohl der Gesetzgeber sieht vor, dass das als Referenzgröße herangezogen wird, als auch wir in der Verwaltung sehen das. Und dahinter versteckt sich dann immer jeweils ein Student, eine Studentin, die das Geld einfach dringend braucht. Studierende, die im Übrigen voll auf ihre Ausbildung fokussiert sind. Katharina Klammer etwa übt, wenn sie nicht gerade als persönliche Assistenz arbeitet, Klarinette. Und sie nimmt auch noch Unterricht am Konservatorium in Graz. Ja, bei uns im Studio begrüße ich jetzt die Frau Magistra Doris Peitler. Guten Tag. Schönen guten Abend. Und wir begrüßen auch den Herrn Magister Martin Berger von Greenbox, den wir auch schon im Beitrag gesehen haben. Alle an der Seite der Frau Volksanwältin. Schönen guten Abend. Tina Schmidt-Ladenbacher ist bei uns geblieben. Sie war diejenige, die den Beitrag gemacht hat und war sehr beeindruckt, glaube ich, vom Fleiß der Studierenden. Ja, ist nicht engagiert und leistungsbereit. Aber wirklich kämpfend mit den Bedingungen. Entsprechend überhaupt nicht mehr dem Bild der Bummelstudenten, das man so hat. Das sicherlich nicht. Und wie gesagt, der Großteil der Studierenden muss arbeiten. Also geringfügig zumindest. Und es verzögert sich dann alles. Wenn sie mehr arbeiten, braucht man länger fürs Studium. Und das hat nichts mit Faulheit zu tun. Das Leben wird teurer. Also wie gesagt, das Studentenleben hat sich geändert. Also alle sind wirklich sehr fokussiert. Schnell fertig werden mit dem Studium und möglichst fast ins Arbeitsleben kommen. Auf jeden Fall. Also es hat allein durch die Umstellung auf Bachelor-Master-Systeme, die Verschulung der Lehrpläne, hat sich einfach, glaube ich, der Studierende Alltag deutlich geändert. Zu Zeiten wie Sie oder auch wie ich studiert habe. Bei mir ist es noch ein bisschen länger her. Was schreibt uns das Finanzministerium zu der Kritik, die da geübt wurde? Was kann man sich vorstellen? Vom Finanzministerium heißt es, man schreibt zum Energiegutschein eigentlich das Gleiche wie bei den Pensionistenheimen. Es ist ziemlich ähnlich. Es fehlt die Zahlungsverpflichtung aus dem Stromlieferungsvertrag, daher keine 150 Euro. Und man weist auf die Stromkostenbremse hin. Diese wurde als weitere und wesentlich größere Entlastung beschlossen. Die Stromkostenbremse sieht einerseits eine automatische Entlastung für Stromkunden direkt auf der Rechnung vor. Und andererseits ist ein Antragsmodell in Ausarbeitung, das auch auf die besondere Situation, wie sie beispielsweise größere Haushalte und auch Wohnhäuser für Seniorinnen und Senioren oder Studentenwohnheime aufweisen. Und darauf will man Rücksicht nehmen. Frau Volksanwältin. Das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Auf der einen Seite reden wir immer noch vom Energiekostenausgleich, der nicht ausgezahlt wird. Und auf der anderen Seite vom Strompreisdeckel. Ich glaube, das darf man nicht vermischen. Wunderbar, wenn es eine Lösung gibt beim Strompreisdeckel. Aber das heißt nicht, dass das andere Problem gelöst ist. Und wie gesagt, da werden wir auf jeden Fall noch einmal an den Nationalrat herantreten. Wenn es beim Strompreisdeckel geht, vielleicht schaffen wir es dann auch beim Energiekostenausgleich. Weil da geht es ja für die Studentinnen und Studenten um etwas. Was würden Sie sich wünschen? Was würde es brauchen? Also wir würden uns wünschen, dass wir eben in der Regelung angelehnt werden an die Haushalte. Weil wir stellen ja Wohnraum zur Verfügung, der vergleichbar ist mit einer Wohngemeinschaft. Also diese Studierendenheime, die es in den 60er Jahren gegeben hat, mit Bädern am Gang und so Zimmern nebeneinander gibt es ja nicht mehr. Also wir haben Wohngemeinschaften. Der Unterschied zu einer Privatwohnung ist eben der, dass die Studierenden diesen All-Inclusive-Vertrag haben. Das bedeutet Planungssicherheit. Weil wir beherbergen ja größtenteils Studierende, die finanziell nicht so gut gestellt sind. Sie können sich ein Jahr auf einen Fixpreis einstellen. Das ist ein großer Vorteil. Aber ansonsten, wir haben Küchenzimmer. Aber der Nachteil ist eben, dass man zum Beispiel nicht diesen Energiegutschein bekommen kann. Das ist ein großer Nachteil und eigentlich nicht nur ein Nachteil, sondern eine Benachteiligung. Gut. Jetzt gibt es ja auch die Unterstützung, die Unternehmen zukommt. 1,3 Milliarden haben wir gelesen. Da fallen Sie auch darunter. Offensichtlich fallen wir wohl darunter, sofern wir nachweisen können, dass wir energieintensiv sind mit 3% Kostenanteil. In dem Fall würden rund 30% der Kosten ersetzt werden. Das würde aber immer noch bedeuten, dass wir 70% weiterhin an alle Studierenden überwälzen müssen, um unser wirtschaftliches Überleben einfach zu sichern. Das ist insofern problematisch, weil noch niemand weiß, wie hoch dieser Strompreis steigen wird. Und die Planungssicherheit, die wir letzten Endes allen Studierenden gewährleisten wollen und das auch tun mit Einjahresverträgen, die dann einen Fixpreis darstellen, die wird in Zukunft verloren gehen. Das heißt, Ihr Wunsch wäre noch immer dieser Topf, den Sie erwähnt haben, für die Gemeinnützigen? Es wäre eine Möglichkeit. Ich denke, dass man uns ganz generell aus mehreren Gründen nicht mit der Industrie vergleichen kann. Wir haben einfach viel weniger Möglichkeiten, an unterschiedlichen Schrauben zu drehen. Wir bieten langfristig Wohnraum für Menschen an, also ein Grundbedürfnis. Und können weder an unseren Produkten großartig was ändern, noch an der Preisstruktur, außer dass wir eben Preise anpassen. Außerdem wird auch unser Strompreis nach der Industrie bemessen. Das heißt, wir haben keine Bestandsverträge. Wir werden im nächsten Jahr einen neuen Stromliefervertrag abschließen müssen. Das trifft uns natürlich ebenfalls hart. In manchen Heimen ist es so gut. Und das wird halt weitergegeben oder muss weitergegeben werden an den Studierenden. Und jetzt haben wir im Beitrag gesehen, das hat mich eigentlich fast erschüttert, hat es mich gerissen, wie der junge Mann gesagt hat, er muss beim Brot jetzt schauen oder sparen, was er sich aufs Brot schmiert oder ob er sich noch eine Wurstradl drauflegen kann. Das klingt wirklich dramatisch. Das klingt dramatisch. Wenn es stimmt, klingt das wirklich dramatisch. Und wie gesagt, das betrifft ja nicht nur Studentinnen und Studenten, weil es über die Vereinslösung gegangen ist, bei einem MPO-Fonds. Dann müssten ja zum Beispiel auch die Kleingartenvereine da irgendwie bedacht werden, weil es oft ein Verein, der eben dann zu den gesamten Kleingartenvereinsmitgliedern einkauft, unter Anführungszeichen die Energiekosten, müssten dann halt auch dementsprechend gehandhabt werden. Also da merkt man, wie breit gefächert immer noch die Problemstellung ist. Wir bekommen ja nach wie vor eine Menge Beschwerden in der Volksanwaltschaft zum Thema Energiekostenausgleich und ich fürchte, dass es auch beim Strompreisdeckel ähnlich werden wird. Gut, aber die Volksanwaltschaft ist da dran und macht Druck, dass es da eine Lösung im Sinne der Studierenden gibt. Es wird auf jeden Fall noch einmal ein Schreiben an der Nationalrat geben. Bitte halten Sie uns auch auf dem Laufenden, was es da gibt. Wir würden uns freuen, wenn wir vielleicht mal berichten könnten, dass es da zu Erleichterungen gekommen ist. Das hoffen wir ebenfalls. Energiegutschein, die dritte. Was ist, wenn sich beim Ausfüllen eines Details, sagen wir, bei der Türnummer, bei der Adresse, ein Fehler eingeschlichen hat und man deswegen keine 150 Euro bekommt? Was dann passiert, kann uns die Frau Reichert aus Oberösterreich berichten. Christoph Seibel hat sie besucht. Auch Frau Heike Reichert hat sich wegen des Energiekostenausgleichs an die Volksanwaltschaft gewandt. Seit einigen Jahren betreut die pensionierte medizinische Analytikerin ihre betagten Eltern sowie ihre 91-jährige Schwiegermutter. Weil ihre Schwiegermutter stark sehengeschränkt ist und sich mit den vielen Zahlen schwer tut, übernimmt sie das Ausfüllen des Energiegutscheins, der mit der Post zugestellt wurde. Und da wäre ihr beinahe, obwohl sie aus ihrem frühen Berufsleben darauf trainiert ist und auf Genauigkeit großen Wert legt, ein Fehler passiert. Das habe ich aber aus dem Nachhinein bemerkt, dass die Türnummer nicht stimmt. Und habe dann versucht, über die Hotline, über verschiedene Stellen herauszubringen, ob das eine Konsequenz hat. Es war unendlich aufwendig, bin in der Hotlineschleife gehängt und habe dann erfahren, dass, wenn die Adresse nicht genau stimmt bis auf die Wohnungsnummer, der Gutschein nicht gültig ist. Denn der Gutschein ist nicht namensbezogen, sondern die sogenannte Zählpunktnummer ist der entsprechenden Adresse des Einzahlers der Energierechnung zugeordnet. Ein Detail, auf das zu wenig hingewiesen wird, wie Heike Reichert meint. Jetzt denke ich mir, in den Begleitschreiben von der Bundesregierung ist drinnen gestanden, was man verdienen darf und was man ausfüllen muss. Aber es ist nirgends drinnen gestanden, dass die Adresse wirklich auf Punkt und Beistrich stimmen muss, weil der Gutschein sonst ungültig ist. Und man bekommt nur einfach kein Geld, aber keine Rückmeldung. Zwar können wir im Internet überprüfen, ob der eingereichte Gutschein korrekt ausgefüllt wurde und somit gültig sei, Aber das wissen nur wenige, vermutet Heike Reichert. Sie zeigt uns, wie das geht. Man gibt in der Suchmaschine Energiekostenausgleich ein, dann kommt Energiegutscheinstatus, das wählt man an. Das vom Ministerium gv.at ist ganz wichtig. Dann kommt die Maske von der Bundesregierung für Energiekostenausgleich. Dann kann man auf dieser Seite auch einen neuen Gutschein anfordern, Gutschein einlösen oder Status prüfen. Status prüfen, anklicksen. Dann möchte er die Gutscheinnummer haben, die man einreicht, die man ja drauf hat auf dem Formular. Dann will er die Prüfzahl haben und dann bestätigt man das Ganze und dann kriegt man heraus, der Energiegutschein wurde geprüft und wird mit der Jahresabrechnung ausbezahlt oder der Energiegutschein wurde abgelehnt. Doch manche, v.a. ältere Menschen, wie z.B. ihre Eltern, werden mit Suchmaschinen im Internet nicht vertraut und auf telefonische Informationen angewiesen. Und da wären die Wartezeiten am Telefon einfach zu lang. Meine Kritik ist, dass die Hotline nicht ordentlich besetzt, dass man durchkommt und fragen kann. Weil wenn man dann einmal durchkommt, dann sind die eh total nett und hilfreich, aber man kommt eben nicht durch. Ich kann nicht so eine Hotline machen und dann dort niemanden hinsetzen. Dann muss ich rechnen damit, dass es viele Leute anrufen. Frau Volksanwältin, ist das auch nur einer von vielen Fällen, die an die Volksanwaltschaft herangetragen werden? Das ist einer von vielen Fällen und umso besser, dass es jetzt gelungen ist, die Frist auf die Antragstellung bis 31. Oktober zu verlängern und dann die Einlösung bis 31. März 2023. Und die Leute sollen dann auch verständigt werden, ob diese Einreichung durchgegangen ist und sie die 150 Euro bekommen oder das wird verständigt werden. Achtung, da ist was schiefgegangen, noch einmal. So ist es. Es soll eine persönliche, schriftliche Verständigung geben. Ich würde aber trotzdem appellieren, das selbst zu kontrollieren, wie weit der Antrag bereits abgearbeitet ist. Und dann hat es ja noch das Problem mit der Hotline gegeben. Jetzt hat Frau Reichert zwar im Beitrag ganz schön gezeigt, wie man da mit dem Computer agieren muss, wenn man den Status erfragen will, aber viele Ältere tun sich da schwer. Jetzt gibt es die Hotline, da kommt man offenbar so schwer durch. Da gibt es offenbar auch noch Luft nach oben, was die Hotline betrifft. Schon, aber ich höre, dass sich die Situation doch deutlich verbessert hat, dass personell aufgestockt wurde und dass es nicht mehr so lange dauert, bis man wirklich mit jemandem telefonieren kann. Gut, Tina Schmidt-Ladenbach ist noch bei uns geblieben. Die Stellungnahme des Finanzministeriums, was ist da offen geblieben, was schreibt man uns noch? Man möchte an dieser Stelle gerne auf andere Unterstützungszahlungen speziell an Pensionistinnen und Pensionisten hinweisen. Bezieherinnen und Bezieher einer Ausgleichszulage erhielten 2022 bereits sämtliche Einmalzahlungen im März und April je 150 Euro, sowie im September eine Einmalzahlung in der Höhe von 300 Euro. Pensionistinnen und Pensionisten mit Pensionen bis zu 2.250 Euro erhielten im September 2022 eine von der Pensionshöhe abhängige außerordentliche Einmalzahlung von bis zu 500 Euro direkt aufs Konto überwiesen. Das ist alles sehr löblich, aber insgesamt habe ich den Eindruck, dass viele vielleicht schon den Überblick verloren haben, was es da alles gibt, was man alles beantragen könnte, von wo man Geld bekommen könnte. Müsste man das alles vielleicht ein bisschen bündeln? Es wäre natürlich sinnvoll, das alles unter einem Begriff, nämlich Energiekosten zu bündeln. Dann würde man sich besser auskennen. Das wäre wünschenswert, ob es funktionieren wird. Wie gesagt, wir tun unser Bestes, da immer wieder Denkanstöße zu liefern, dass sich die Situation verbessert. Und wir werden weiterhin auf Lücken im System hinweisen. Genug von den Energiegutscheinen. Unser nächster Fall führt uns jetzt nach Alhamming. So schaut es beim Grundstück des Herrn Ehrenberger in Alhamming aus, wenn es stärker regnet. Er meint, das hätte mit den Bauarbeiten am Nachbargrund zu tun. Da ist mit massiven Erdbewegungen ein großes Postverteilzentrum entstanden. Haben sich die Behörden vor der Erteilung der Baubewilligung genau angeschaut, was die Anschüttungen für das Abrinnen von Oberflächenwasser, was das für die Nachbarschaft bedeutet? Der Herr Ehrenberger hat deswegen die Volksanwaltschaft kontaktiert. Die konnte seine Bedenken nachvollziehen und wir haben den Fall im April dieses Jahres hier abgehandelt. Christoph Seibel zeigt Ihnen noch einmal die Sichtweise des Beschwerdeführers. Und dann werden wir über die Sache noch einmal diskutieren und uns anschauen, was sich seither getan hat. Wir treffen Günther Ehrenberger Anfang April vor seinem Garten in der kleinen Gemeinde Alhamming in der Nähe von Linz. Der 56-jährige HTL-Lehrer hat sich hier ein kleines Idyll geschaffen. Allerdings hat er seit Längerem mit Überschwemmungen zu kämpfen. Also Herr Ehrenberger, eigentlich schaut ja alles ganz sauber aus. Wo ist das Problem eigentlich? Ja, das Problem ist, dass seit den großen baulichen Maßnahmen hier oben bei der Post müssen wir bei jedem Regenfall damit rechnen, dass wir hier Überflutung haben und das ganze Regenwasser von da oben runterkommt und aber nicht da in den Bach fließt. Seit wann gibt es das Problem? Ja, das Problem gibt es eben seitdem hier, seitdem die Post gebaut hat. Also einerseits einmal bei den baulichen Maßnahmen während der Baustelle und nachher dann, jetzt ist das große Feld aufgeschüttet worden, jetzt auf einmal bilden sich auch hier Rinnsaale, wo dann das Wasser oben drüber läuft und hier über die Straßen und dann hier rein. Seit 2013 entsteht unweit des Gartens von Herrn Ehrenberger ein großes Postverteilzentrum. Auf einer Grundstücksfläche von rund 200.000 Quadratmetern wird ein Logistikzentrum errichtet, das im Endausbau Mitte Oktober 2022 bis zu 30.000 Pakete in der Stunde verarbeiten kann. Bei den Bauarbeiten wurden riesige Mengen an Erdreich bewegt und der Aushub sei auf dem Feld zwischen Baustelle und dem Garten von Günther Ehrenberger abgeladen und planiert worden. Das hat man natürlich dann sich erspart, dass man dann weite Wege mit dem ganzen Aushub macht, ist ja grundsätzlich vernünftig. Nur hat sich herausgestellt, dadurch, dass natürlich hier monatelang das ausplaniert wurde, dass das natürlich verdichtet worden ist und dass jetzt sieht man, dass sich eben das Regenwasser nicht wirklich versickern kann, das sammelt sich an der Oberfläche und kommt dann hier an. Seitens der Post legt man Wert auf die Feststellung, in allen Bauphasen stets alle behördlichen Auflagen, insbesondere die strengen Vorgaben zur Entwässerung und Versickerung, umgesetzt zu haben. Eigentlich sollte das Wasser vor der kleinen Straße in diesen Schacht rinnen, aber der bestehende Schacht sei viel zu kleindimensioniert, kritisiert Günther Ehrenberger, um die nun größeren Wassermengen aufnehmen zu können und über den Alhamminger Bach abzuleiten. Weil hier drüben nicht so ein einfacher Kanaldeckel ist mit schmalen Schlitzen und der ist natürlich sofort verlegt, wenn Schlamm, Stroh und was auch immer, was vom Feld runterkommt und dann die schmalen Schlitze verlegt. Dazu gibt es auch mittlerweile von einem Gutachten eine Empfehlung, dass man das anders machen sollte. Aber leider ist man halt nicht bereit, da hier irgendwas zu machen. Wir fragen am Gemeindeamt von Alhamming nach. Vor der Kamera möchte die Bürgermeisterin nichts dazu sagen, lässt uns aber in einer schriftlichen Stellungnahme wissen. Ganz offensichtlich ist die Problematik darin begründet, dass das Höhenniveau des Gartens des Liegenschaftseigentümers von Beginn an zu niedrig angelegt wurde. Seitens der Gemeinde wurde ihm empfohlen, das Höhenniveau der Liegenschaft anzuheben oder eine Gartenmauer zu errichten, um dem Abhilfe zu schaffen. Aus mir nicht bekannten Gründen wollte der Liegenschaftseigentümer dieser Empfehlung nicht folgen. Akribisch hat der Elektrotechniker alle Hochwasservorfälle dokumentiert. Er zeigt uns seine Videos. Hier hat man da den Rinsen noch. Da sieht man dann auch da unten das Wasser vorbeiziehen. Was da eigentlich für Strömung ist, also da könnte man mit dem Schlagboot fahren. In der Studiodiskussion Anfang des heurigen Jahres am 2. April mit dem damaligen Volksanwalt Werner Amon wollte von der Gemeinde niemand kommen. Man hatte uns aber eine schriftliche Stellungnahme übermittelt. Der guten Ordnung halber darf darauf hingewiesen werden, dass für die Beseitigung von Oberflächenwässern nicht die Zuständigkeit der Gemeinde gegeben ist. Ich kann mich nur wundern, nicht, über die Stellungnahme der Gemeinde. Sie schreibt ja etwa auch an uns am 31.01. dieses Jahres, dass im Rahmen einer privatrechtlichen Vereinbarung wurde zwischen der österreichischen Post AG und der Gemeinde Alhaming vereinbart, dass die Erweiterung des Logistikzentrums ein wasserrechtliches Projekt auf HQ100 zu projektieren ist. Also was heißt denn das bitte? HQ100, 100-jähriges Hochwasser. Aber was bedeutet das, wenn eine Gemeinde hier eine privatrechtliche Vereinbarung trifft? Hier geht es ja um Dinge, die nicht verhandelbar sind, sondern die Gemeinde hat als Baubehörde die Aufgabe, im Rahmen eines ordentlichen Bauverfahrens selbstverständlich darauf zu achten, dass die Nachbargrundstücke hier nicht in Mitleidenschaft gezogen werden. Und das ist ja auch das Absurde in diesem Fall, dass die Gemeinde eben nicht im Rahmen des ordentlichen Bauverfahrens Auflagen erteilt, die dann vom Bauwerber einzuhalten sind. Und die Gemeinde muss natürlich auch als Baupolizei und als Baubehörde das ständig überprüfen und schauen, ob die entsprechenden Vorgaben auch eingehalten werden. Dass man jetzt dem Herrn Erdenberger sagt, naja, ihre Mauer ist zu niedrig oder ihr Niveau am Grundstück ist zu niedrig. Also ich würde gerne eher über das Niveau sozusagen der Stellungnahme der Gemeinde diskutieren. Schnapp sechs Monate später besuchen wir Günther Erdenberger wieder auf seinem Grundstück. Das Aktenstudium zur Historie des Al-Hamminger-Baches hat Neuigkeiten zutage gefördert. Früher war der Bach hier entlang der Gemeindestraße geflossen. Aber in den 60er oder 70er Jahren, so genau könne man das heute nicht mehr sagen, ist der Bach in Rohre unter die Erde gelegt worden. Unterlagen dazu ließen sich heute aber keine mehr finden. Es besteht die Vermutung, dass es hier gar keine Genehmigungen gibt zu dieser Verrohrung. Und da ist eben die BH Linzland im Zuge der Recherchen hat das festgestellt. Und jetzt schaut man eben, wie man den Rechtszustand wiederherstellen kann. Ob der Bach offen bleibt oder ob die Verrohrung bleibt. Wenn die Verrohrung bleibt, gehört hier ein passender Schacht her. Das Wasser muss entsprechend wegfließen können. Und es muss sichergestellt sein, dass die entsprechenden Mengen, die man schon gehabt hat, nicht nur einmal, sondern das Öfferen, dass das hier auch wegfließen kann. Die Gemeinde argumentiert, dass nun nach Beendigung der Aufschüttungs- und Planierungsarbeiten das Feld wieder bestellt würde und somit die Versickerung der Oberflächenwässer wieder gewährleistet sei. Günter Ehrenbeiger bleibt skeptisch. Wenn das so bebaut ist wie hier, dann glaube ich das schon, dass das passt. Das dürfte der Gründer noch etwas sein. Aber wenn es wieder so wie hier mit Mais bebaut ist, dann schaut die Geschichte schon wieder anders aus. Und dann kommt wieder Meerwasser zustande. Wir wissen nicht, wie sich das wieder auswirkt. Und dann stehen wir wieder hier und diskutieren wieder. Im Studio wollten wir jetzt eigentlich mit dem Amtsleiter der Gemeinde Alhaming diskutieren, Mag. Ortmeier. Er hat eigentlich auch zugesagt, zu dieser Diskussion zu kommen. Man hat den Eindruck gehabt, es wäre ihm auch wichtig, seine Stellungnahme hier im Studiogespräch der Frau Volksanwältin zu sagen. Aber dann ist er überraschend erkrankt. Und wir haben am Tag der Aufzeichnung um 6.22 Uhr eine schriftliche Stellungnahme von ihm übermittelt bekommen, die mein Kollege Christoph Seibel dann vortragen wird. Diese ganze Geschichte dürfte in der Gemeinde Alhaming überhaupt große Wellen geschlagen haben. Wir haben es damit sogar in ein Gemeindemedium geschafft. Die Frau Bürgermeisterin hat dazu geschrieben, und das ist doch beachtlich, Durch Volksanwalt Amon wurde in der Sendung suggeriert, dass die Gemeinde baupolizeilichen Aufsichtspflichten nicht nachgekommen sei, beziehungsweise Vereinbarungen nicht hätte schließen dürfen, diese privatrechtliche Vereinbarung mit der Post, die thematisiert wurde. Seine Behauptungen waren in jeder Hinsicht falsch, da die jeweiligen Kompetenzzuständigkeiten, in diesem Fall die BH Linzland, scheinbar verwechselt oder unter Umständen gar nicht gekannt hat. Starker Tobak, Frau Volksanwältin, da hätten wir gern auch die Frau Bürgermeisterin gehört, die ist aber leider terminlich verhindert, der Amtsleiter ist überraschend erkrankt. Wie bewerten Sie jetzt eigentlich diese Stellungnahme der Frau Bürgermeisterin? Also zuerst einmal dem Herrn Amtsleiter bei der Gebesserung bei der Erkrankung. Ich habe mir natürlich den Akt kommen lassen und das noch einmal überprüfen lassen und so ganz aus der Pflicht kann ich die Gemeinde natürlich nicht nehmen. Was mich ein bisschen stutzig macht, da gab es ja schon Überschwemmungen 2004, 2006, 2013. Und als es dann zu diesem Bauvorhaben gekommen ist, hat der Herr Ehrenberger bei den Aufschüttungen noch einmal die Gemeinde darauf aufmerksam gemacht, Achtung, da könnte etwas passieren. Allerdings passiert ist nichts. Und das ist im Moment immer noch Fakt. Gut, die Volksanwaltschaft hat ja, glaube ich, der Gemeinde Alhamming dann auch ihre Sichtweise geschildert und auf die hat dann der Amtsleiter jetzt schriftlich repliziert. Was schreibt er uns? Er schreibt uns, dass die Volksanwaltschaft mündlich eingeräumt hat, dass ihre Annahme falsch war, dass die Oberflächenwässer vom Baufeld der österreichischen Post AG das Problem von Herrn Ehrenberger verursacht hätten. Hat da irgendwer irgendwas mündlich eingeräumt seitens der Volksanwaltschaft? Man muss da unterscheiden, dass es nicht das Postzentrum ist, das wissen wir, sondern es geht ja um die Aufschüttungen, die doch ziemlich enorm sind. Meines Wissens nach sind die Arbeiten dort noch nicht ganz abgeschlossen. Das heißt, man weiß nicht, was da noch kommt, ob da noch abgeflacht wird oder was auch immer. Das ist der eine Punkt dazu. Und fest steht auch, dass im Bescheid, im seinerzeitigen Baubescheid über das Postzentrum sich nichts darüber findet, was zum Beispiel passiert mit den Dachabwässern. Das fehlt im Bescheid gänzlich. Auch da muss ich ganz ehrlich sagen, wissen wir nicht, was passiert, wenn tatsächlich etwas passiert. Also da bleibt die Kritik der Volksanwaltschaft aufrecht. Er schreibt weiter, richtig ist, dass es sich aufgrund der großflächigen Anschüttungen am Nachbargrundstück die Oberflächenwasserproblematik ergeben hat. Für diese An- und Aufschüttungen im Grünland bedarf es einer naturschutzrechtlichen Bewilligung. Die Gemeinde hat in einem solchen Verfahren keine Parteistellung. Stimmt nicht. Natürlich hat sie eine Parteistellung und das ist auch festgehalten schriftlich, dass es eben zu der Parteistellung nicht kam und die Gemeinde sich entfernt hat. Und er schreibt weiter, die Vorhaltungen des Volksanwalts Ammon in der Sendung vom 2. April 2022 konnten dadurch entkräftet werden. Konnte irgendetwas entkräftet werden? Also meines Erachtens nach nicht, weil Fakt ist immer noch, da fließt ganz viel Wasser bei einem Großereignis, wo wir nicht wissen, wann es das nächste Mal kommt. Dort gibt es offensichtlich einen Graben, der zugeschüttet wurde. Da gibt es eine konsenslose Verrohrung, für die gibt es keine Bewilligung. Diese Verrohrung, das hast du dich jetzt herausgestellt. Die ist wirklich konsenslos. Die ist konsenslos. Und auch dieses Ansinnen, dass der Herr Diplominger Ehrenberger was abgeroben soll oder eine Mauer errichten soll, das erschreckt mich ein bisschen, weil was ist da zum Beispiel, wenn der auf öffentlichem Grund abtragen lässt oder eine Entlastungsrinne, das ist ja Hanebüchern, weil was passiert dann, wenn dort was passiert. Das hat er Ihnen vorgeschlagen, also auf öffentlichem Grund, auf eigene Kosten abtragen. Abtragen oder eben, so wie im Beitrag erwähnt, eine Mauer errichten. Aber das mit dem Abtragen, was ist, wenn sich dort wer, ich weiß nicht, zacktöchelt, den Fuß bricht oder Ähnliches, das ist öffentliches Gut. Und da wird es für mich schon ein bisschen bedenklich. Ist das Bauverfahren mangelhaft gewesen, jetzt pauschal betrachtet? Es geht jetzt um diese naturschutzbehördliche Bewilligung. Und da steht drinnen, dass die nur erteilt wurde unter der Prämisse, dass es keine konsenslose Verrohrung gibt. Und das wird im Moment von der Wasserrechtsbehörde geprüft. Gut, und dann hat es noch einen zweiten Punkt gegeben in der Kritik der Volksanwaltschaft. Nämlich eben, dass die Gemeinde, wie Sie gesagt haben, ihre Parteirechte im naturschutzrechtlichen oder naturschutzbehördlichen Verfahren nicht gewährt hat. Was freibt uns der Amtsleiter dazu? Zu Punkt 1 und 2 darf festgehalten werden, dass der gegenständliche Sachverhalt im Land Oberösterreich zu einer Überprüfung vorgelegt worden ist. Die Rechtsansichten der Gemeinde Alhamming sind bestätigt worden. Ich bleibe bei der Kritik, die wir geäußert haben. Und der Volksanwaltschaft ist nach wie vor, liegt die auf dem Tisch. Und ich erwarte mir schon, dass es da eine Lösung gibt, dass sich der Herr Diplom-Ingenär Ehrenberger nicht beim nächsten Großereignis wiederfürchten muss. Egal, was auf dem Feld angebaut wird. Ob er wieder den Schlamm bei sich im Garten hat, ja oder nein. Punkt 3 der Kritik der Volksanwaltschaft, wo auch der Amtsleiter dann schriftlich repliziert hat, war, dass es keine Lösung ist, wie Sie erwähnt haben, das öffentliche Gut tiefer zu legen. Was schreibt er dazu, der Amtsleiter? Zu Punkt 3 wird angemerkt, dass es sich noch um ein laufendes Verfahren der Bezirksverwaltungsbehörde handelt. Erste Teilergebnisse der BH Linz liegen bereits vor und haben die Rechtsansicht der Gemeinde bestätigt, dass unter anderem für die Brücke auf dem Grundstück Nummer 180, HG Alhamming, keine wasserrechtliche Bewilligung notwendig ist. Brücke, ich rede von der Verrohrung, Art 1 und Art 2 bin ich sehr gespannt auf das, was da wirklich am Ende herauskommen wird. Das werden wir uns selbstverständlich in der Volksanwaltschaft ganz genau ansehen. Ist der Gesamtzustand wasserrechtlich fragwürdig? Also für mich ist fragwürdig, dass die Gemeinde bis jetzt nichts unternommen hat, um einen Gemeindebürger zu schützen und das mehrmals. Wie gesagt, es gab ja diese Überflutungen schon mehrmals und jetzt durch die Aufschüttungen ist die Gefahr nicht geringer geworden, sondern das Gegenteil. Weil wenn man sieht, welche Wassermassen sich da bewegen auf der Gemeindestraße, das muss doch irgendwem aufgefallen sein, auch schon vorher. Hätte die Gemeinde, die Naturschutzbehörde auf gewisse Umstände wie die Sache mit der Verrohrung und anderes aufmerksam machen müssen? In der Parteistellung wäre sie natürlich gefordert gewesen. Und wie gesagt, die Naturschutzbehörde ist davon ausgegangen, dass es eben keine konsenslose Verrohrung gibt. Das steht auch so drinnen. Die gibt es aber. Also da hakt es für mich. Wenn da jetzt einiges konsenslos war, muss man dort aufgraben, wir können das baulich verändern? Ich bin jetzt kein Bausachverständiger, aber wenn ich die Bilder sehe, da müsste dringend eine Entlastung geschaffen werden. Wie auch immer die dann aussieht, es gab ja diesen Graben, wo offenbar früher das Wasser abgeflossen ist, der ist zugeschüttet. Also wird man eine Lösung finden müssen, um eben diese enorme Menge an Wasser irgendwie zu steuern. Und dass sie nicht am Grundstück vom Herrn Diplom-Ingenieur Ehrenberger landet. Noch einmal zu den Aufschüttungen am Nachbargrund. Da hat der Herr Ehrenberger auch noch einen Verdacht, den er beim letzten Dreh meines Kollegen Christoph Seibl geäußert hat. Hören wir uns kurz an, wie er das sieht. Jetzt haben wir bei der Naturschutzbehörde nachgefragt, wie es da ausschaut. Und die Naturschutzbehörde von BHL ins Land hat uns kommuniziert, dass auf eine Genehmigung angesucht wurde, auf 80.000 Quadratmeter eine Aufschüttung von 0 bis 3,17 Meter durchzuführen. Das wurde genehmigt und hätte auch so durchgeführt werden sollen, was sich aber wieder nicht deckt nach unseren Beobachtungen. Man sieht auf den Fotos, dass da Aufschüttungen bis maximal 8 oder 10 Meter durchgeführt wurden. Also statt Aufschüttungen bis maximal 3 Meter irgendwas 8 bis 10 Meter. Meines Wissens nach ist das Bauvorhaben noch nicht abgeschlossen, also diese Aufschüttungen. Und es ist durchaus möglich, dass es da noch zu Abflachungen kommt. Ich glaube, da muss man das Endergebnis dann abwarten. Frau Volksanwältin, abschließend, was soll die Gemeinde machen? Möglichst alles unternehmen, dass der Herr Diplom-Ingenieur Ehrenberger beim nächsten Starkregen sich nicht fürchten muss, dass der ganze Schlamm wieder bei ihm im Garten landet. Vielleicht haben wir nicht das letzte Mal über die Sache diskutiert. Frau Volksanwältin, danke, dass Sie bei uns waren. Vielen herzlichen Dank Ihnen. Zum nächsten Fall. Die Frau Staudenmeier aus Zell am See in Salzburg hat uns im Februar um Hilfe gebeten. Sie ist eine Kleinunternehmerin und stellt Modeaccessoires her. Im Februar hat sie einen Anwaltsbrief aus Deutschland bekommen mit der Aufforderung, sie möge innerhalb einer Woche 2884 Euro auf das Konto der Kanzlei überweisen. Weil sie angeblich eine Marke namens Frieda, sie hat einen Gürtel so genannt, geschädigt hat. Wir haben dann im April hier diskutiert, ob die Vorgehensweise der Kanzlei korrekt ist. Und Markus Preselmeier hat jetzt nachgefragt, wie es in der Sache weitergegangen ist. In dieser Werkstatt in Zell am See in Salzburg entstehen Lederwaren in aufwendiger Handarbeit. Die gebürtige Lettin Christine Staudenmeier ist im Jahr 2010 aus Lettland nach Österreich gezogen und geblieben. Vor drei Jahren hat sich die Künstlerin mit ihrem Unternehmen SkyArt einen Lebenstraum verwirklicht. Ihre Waren und Dienstleistungen bietet die Kleinunternehmerin überwiegend in regionalen Geschäften in Pinsgau an und betreibt seit der Pandemie auch einen kleinen Online-Shop. Der Wunsch hat dann 2019 im Juli angefangen, wo ich mein Kleingewerbe angemeldet habe und biete an Einrichtungsberatung und Dekorieren und auch erzeuge so persönliche Leder-Accessoires. Von ihrer Tätigkeit als Künstlerin leben könne die Lettin zumindest derzeit noch nicht. Das sind irrsinnig viele Stunden, die ich dann in der Werkstatt verbringe. Und du kannst ja niemals genau die Stunden auch verrechnen. Also das ist wirklich nur die Liebe zu der Handarbeit, die Liebe zu etwas Erzeugen und die Liebe zu dem, dass du anderen Freude machen darfst. Jedes Produkt sei ein Unikat, erzählt Frau Staudenmeier. Und deshalb verdiene jedes Werk auch einen eigenen Namen, so wie dieser Ledergürtel. Das ist ein Statement-Gürtel namens Frieda, weil ich ja jedem Artikel, den ich erzeuge, einen Namen gebe. Und ja, in dem Fall, wenn ich den Gürtel fertig gehabt habe, habe gedacht, es ist ein Frieda. Warum Frieda? Einfach nur so. Ganz ehrlich, ohne Begründung. Anfang Februar hat Christine Staudenmeier ein Schreiben von einer Münchner Rechtsanwaltskanzlei bekommen, weil sie mit ihrem Ledergürtel Frieda angeblich die Markenrechte der Frieda-Carlo-Corporation mit Sitz in Panama verletzt habe. Die berühmte mexikanische Malerin Frieda-Carlo ist 1954 gestorben. Die Frieda-Carlo-Corporation habe sich laut eigenen Angaben dem Schutz ihres Geistes verschrieben und die Wortmarken Frieda und Frieda-Carlo schützen lassen. Laut der Münchner Anwaltskanzlei sei die Marke Frieda, an der die Firma die Rechte besitzt, verletzt, weil die Künstlerin ihren Ledergürtel unter dem Namen Frieda im Internet angeboten hatte. Frau Staudenmeier solle daher innerhalb von einer Woche 2884,70 Euro auf das Konto der Münchner Kanzlei überweisen und schriftlich die angebliche Rechtsverletzung anerkennen. Außerdem solle sie innerhalb der Frist schriftlich erklären, die Marke Frieda nicht mehr zu verwenden. Wenn sie der Aufforderung nicht fristgerecht nachkommt, werde man sie vor Gericht klagen. Es war natürlich ein Schockmoment. Die Kleinunternehmerin wandte sich sofort an die Kanzlei, um die Angelegenheit zu klären. Es wird durch die Gespräche oder durch den E-Mail-Verkehr sehr, sehr Acht gelegt auf das, dass das vorgerichtlich passiert, dass ich eben schnellstmöglich schon die Anzahlung tätigen soll. Und somit wird das Ganze begründet, wenn ich das mache, dann kommen wir nicht zu den großen Summen. Frau Staudenmeier ist überzeugt, sie habe mit ihrem Ledergürtel keine Markenrechte verletzt. Sie recherchierte im Internet und stieß auf zahlreiche weitere Fälle, bei denen die Frieda-Carlo-Corporation über den Münchner Anwalt Geld wegen angeblicher Markenrechtsverletzungen fordert. Das ist momentan wirklich ein ganz, ganz grausames Gefühl. Man denkt, man darf nicht mehr arbeiten, man darf seinen Herzenswünsch nicht mehr weiterverfolgen, weil ja so große Kosten auf dich zukommen und du machst dir irrsinnig große Sorgen. Die überzeugte Kommunistin und Revolutionärin Frieda Kahlo ist übrigens auch knapp 70 Jahre nach ihrem Tod noch immer eine Ikone der weltweiten Frauenbewegung. Wenn Frieda Kahlo noch leben würde, was glauben Sie, was würde Frieda Kahlo dazu sagen? Ich würde gerne hier den Gürtel schenken. Es wäre mir eine Ehre. Und ich glaube, dass wenn wir Künstlerinnen und Künstlerinnen zusammentreffen würden und uns menschlich unterhalten würden, werden wir die Sache klären. Im Bürgeranwaltstudio waren die Anwälte von Frau Staudenmeier und der Frieda Kahlo-Corporation zugeschaltet. Der Anwalt von Frau Staudenmeier war vor allem mit der Höhe der Forderung nicht einverstanden. Wenn man einen Markenverstoß annimmt, dann ist das aus meiner Sicht eine Bagatellsache. Und die könnte man ja so erledigen, dass man sagt, das machen wir nicht wieder. Also Frau Staudenmeier gibt vielleicht dann eine Unterlassungserklärung ab. Das wäre ja eine Möglichkeit. Und man verzichtet im Gegenzug auf die Geldmachung von diesen ganzen Kosten. Der Anwalt der Frieda Kahlo-Corporation sah das naturgemäß anders. Wenn ich diese Tätigkeit ausübe, dann muss ich leider auch einige Sachen beachten vorher und kann nicht völlig unbedarft und naiv an die Sache rangehen und kann fremde Namen benutzen. Sie muss als allererstes mal dieses Unterlassungsversprechen abgeben. Und das fällt ihr auch nicht schwer, weil was hängt denn wirtschaftlich bei ihr schon dahinter, ob sie den Begriff Frieda verwendet oder nicht. Und wenn sie uns dann belegt, dass sie relativ niedrige Umsätze macht, also dass es kein großer Gewerbebetrieb ist, dann sind wir sofort bereit, ihr entgegenzukommen und rechtes Augenmaß anzulegen und die Kosten auf ein ganz, ganz nettes Niveau zu reduzieren. Wenige Wochen nach der Sendung gab es dann eine Einigung in der Sache. Die Frau Staudenmeier hat dann tatsächlich eine Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung beziehungsweise ein Unterlassungsversprechen abgegeben. Und man hat sich darauf verständigt, dass sie eine bestimmte Summe Geldes zahlt. Wegen der Verschwiegenheitserklärung dürfen wir da keine Höhe nennen. Wir lernen, man muss bei der Benennung oder Bewerbung von Waren, die man selber produziert oder die man verkauft, höllisch aufpassen und genau recherchieren, damit man da keine Markenrechte verletzt. Das war's für heute. Danke fürs Zuschauen. Bis nächste Woche. Und nächste Woche in Bürgeranwalt. Eine umgestürzte Stützmauer bringt eine Oberösterreicherin zur Verzweiflung. Die Baufirma hat sich zwar verpflichtet, die Mauer zu sanieren, weigert sich aber dann trotzdem, die Arbeiten durchzuführen. Ich bin ein bisschen verzweifelt, weil ich mir eigentlich denke, man fordert sein Recht ein und eine Firma spielt sich mehr oder weniger noch immer mit einem Laie.